Hallo, da ist Markus, ich komme aus der Schweiz, bin Osteopath. Ich besuche hier die Klasse von Bruno Cicli und Alaya, Lymphrichtig. Es gibt mir die Möglichkeit, tiefer ins Gewebe zu kommen, wirklich den Lymphfluss zu spüren und durch das auch die Möglichkeit, meinen Klienten besser zu helfen, bei zum Beispiel chronischen Schmerzsituationen, Entzündungsprozessen und es ist eine sehr sanfte und präzise Art zu behandeln. Und es erschließt eine ganz andere Dimension, die flüssigen Welten des Körpers zu behandeln.